Tierische Abwechslung für Flüchtlingskinder. Zusammen mit der 15-jährigen Emily Krenz waren sie heute Ehrengäste im Oderbruch-Zoo in Altrez. Die Gymnasiastin aus Biesdorf kümmert sich ehrenamtlich zweimal die Woche um die Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in Lüdersdorf. Den ganzen Vormittag über konnten die Kinder aus Tschetschenien und Afghanistan nach Belieben spielen, reiten und Tiere füttern. Nach Angaben der Zooleitung soll es nicht bei einer einmaligen Aktion bleiben. Auch in Zukunft sind die Gäste aus Lüdersdorf hier tierisch willkommen.